Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game with Origins. Weiter geht's mit moderne Zeiten. Ich glaube, so hieß es mal früher im Film von Charlie Chaplin. Soll das etwas für ähnliches sein, oder was? Oh. Ah! Und so wie hier die Roboter. Hui! Das hätte auch schief gehen können. Ah! Ah, diese Stelle ist ein bisschen schwieriger. Yay! Bin unten! Gut, ich bin sie los. Timing muss passen. Nein! Noo-in! He-he-he-he! Mm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm! Nein! Das war ja... Kombinationstod. Oh, geschafft. Jetzt habe ich hier oben wahrscheinlich den Kontrollpunkt dafür. Ah, das sieht ja schon mal lustig aus. Quetsch! Roboter zerquetschen für Fortgeschrittene. So was will man doch haben. Äh! Los, weiter. Na, wie kriegt man das ohne einen auf die Mütze zu kriegen? Moin, was war das denn gerade für ein Move? Von dir, Rayman. Ist er? Ja, geht da. Hm. Dieser Roboter. Ja. 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 Geschafft! Juhu! Oh. Ach ja, Timing. Ja, das war nichts. Hallo. Ah, da ist schon wieder ein Käfig. Moment, da oben ist doch was. Was ist denn da? Je, wusste ich's doch. Was ist denn da? Nein. Was? Das kann ich so nicht hinnehmen. Oh, es geht ziemlich flüssig gerade. Joah. Knapper als knapp, aber es geht. Ähm. Ähm. Ähm, ja, so nicht. Aber, ah, ich vermute jetzt, wie es geht. Ja, genau. Nehme ich mit in den Tod. Wir werden sozusagen nach dem Motto, wenn ich der beschibst du mit. So funktioniert das. Nein. Nein. Ja. Yay. Diese Roboter sind aber wirklich nervig Nein Verdammig Verdammig Und da kommt noch einer Krieg Da kommt ja noch einer Nein Oh nö Was so Nein 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 Was zur Hölle Nein Bin ich gerade so ungeschickt oder was Oh nö Nein Hat sie mich doch doch noch erwischt Mann Huch ist aber gefährlich Müsstest du wirklich bleiben Ja Ist ja immer nur meine Du mal Oh Das ging ja noch mal gut Oh 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 Iiuiuiuiuiui Einer kommt noch Was sollte das denn? Rayman! So lange in der Luft bleiben. Warum? Wow. Huiuiui. Wow. Geklappt. Weiter, endlich. Ähm, momm, momm, momm. Oh, jetzt heißt es, nicht stehen bleiben oder du stirbst. Ja. Durchgekommen. Und hab wieder ein Leben. Oh mein Gott. Ziemlich viele Zahnräder. Hm, nein. So wird das nichts. Ich hab mich gerade ein bisschen... Stimmt ja, das Loch muss ja oben sein. Was? Warum war jetzt auf einmal das andere Loch da? Ah, ah. So funktioniert das doch. 210. So. Fehlt mir nur das andere Teil. Doch, dass ich gerade warte. Im Warten bin ich ja Meister. Was? Was war das denn? Das war... Oh, nö. Ah, Einsatz verpasst. Ha, ha, ha. Nein! Nein, ich will nicht gequetscht werden. Ja. Jetzt haben mich die Roboter gekillt. Ja. Ah, du sollst dich schlagen, verdammt noch mal. Räumen. Ah, ha, ha. Warten. Warten. Warten, 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 warten. Der Eingang ist in der Lava. Ja, diesmal wird's aber klappen. Ah, so. Jetzt fragt mich mal langsam Wer mich das verarschen Letzt Was wir jetzt am ersten mal sagen Dass ich ihn in einem Level Den Part beende In einem Level Haha Erwischt Springen Soll es davon abspringen Rayman Aber ich würde sagen Ich mache hier erstmal Ein Cut und Bis zum nächsten Part